Musik Gut, dann gucken wir nochmal nach ihr Knochen Nehose, Kraut, Foliant, erstklässiger Dreckkuchen, geil Laub, Goblin Ohr, Knochen Ich brauche einen Schredderer Bei dem ich den Schredderer Bestellen Level 2 Trefferpunkte, Schaden Hand, Magiestab Hut, Hut, Hut Gürtel, Magiergürtel Hose, Magierhose Genau, ist ja voll ausgestattet Schick dich nochmal da Ich lasse erstmal ein bisschen trainieren Ich werde auf Nummer sicher gehen, dass die mir von weg stirbt Achso, warte mal, dann könnten wir nicht irgendwo einen Schredderersaus kaufen Da Für 150, ne Okay Was müssen wir noch verkaufen Plattenhelm Schulterbein Und was Panzerhandschuhe sind das Buggi Panzerhandschuhe Kein Plattenhelm Warte mal aus dem falscher Beteiligungsspiller Du kleiner Lümmel So Ich brauche dich Ich brauche dich Ich brauche Schuhe Und brauche Schulter war es, ne Ne, Schuhe habe ich schon Hose Hose brauche ich Nicht Schuhe Äh Schuhe können weg Ich hätte im Gegenzug gerne die Hose So, danke Das ist eine Mage Warrior Da braucht Okay, das war jetzt noch Helm So Müssen wir kurz hinten vorbeinschauen Weil Kohle und so, ne Bro tag nur 10.000 ist echt lächerlich Weil der jetzt voll sein dürfte, ne Ja Japs Warrior Death Rouge Mage Warrior So Hose Warrior Die braucht Anschuhe Perfekt Was brauchen wir dafür? 150, ne Müssen wir noch eine Quest einnehmen Scheiße Statistik 30 Kräuterwetter Ah ja Damit habe ich noch nicht was anpflanzen Ich bin hier für 25 Mana Potions Das lohnt sich eher La 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 Edim Naברים Müsste ich ein Tisch bestellen Eins Zwei Feuer ich habe zwar niemanden so viel loskriegen aber ist egal jede kommen du kaufst jetzt gras ist mir gerade wurscht was ist los rutsch brauchst du trank neben verschmerz verjagt der zucke trank gut schwank haben zaubertränke truiten aber man ja die wollen auch eine rutsch dann haben wir hier eine rutsch deine mädchen so was haben wir da auch noch mal eine mädchen perfekt rutsch 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 hast du mal kohle gemacht homie mal bist du schlecht mann eine neue image perfekt so neue alte mage ohne mage ne du gehst nicht da rein du brauchst du musst meine volle verdienen abdrücken so mädchen gegenstand wartet mal 137 145 nja 190 war es nach so zack profit 1 bis 19 ist ein bisschen viel 130 mache verkauft für gekauft für Profit 4, warum war das noch so niedrig? Hä, kann man doch mal hier kein Geld Jetzt sind hier Verrisse Profit 8 15 ist ein bisschen viel 35, so Schauen wir noch 35 Äh, okay, es geht hier ab Wir müssen jetzt alles überprüfen Okay, 16 Kein Wunder mache ich da kein Geld mit Das wundert mich jetzt gerade gar nicht mehr Okay, leider, ich glaube, das ist heute echt gut Ich bin mich total am Arsch, merke ich gerade Ja, ihr habt ihr gewohnt Bücher, Scheiß, Dreck Hier, Knochen, Helme Geiler Schlitt auf jeden Fall Oh, was war das Fleisch? Tatsächlich, das grillen wir jetzt kurz Müssen wir warten, bis es dampft So, perfekt So, glitsch durch die Tür So, kauft irgendwann jemand So, dann reparieren wir noch kurz die ganze Sache hier, damit ich es später damit machen muss Wenn ich jetzt nicht mal dran denke Weil ich weiß, dass es gemacht ist, weil Jetzt sind wir natürlich noch zwei Folgen, wird das gar nicht jetzt noch erklären Ich weiß, dass wir schmeißen es kurz zum Dings rein Zum, äh, 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 Server rüber Dann solltest du schon mal ein Eiläser wird nachkaufen Was heißt, wenn ich nachbrauchen soll ich denn ein Eiläser Aber, das Eilgläser schon Ich weiß vielleicht noch kurz, bis es das Eilgläser hat Und render es dann gleich Schneid es kurz zurecht Render das Ding durch Und es ist gemacht Eieiei Deswegen, wie gesagt, es ist für mich echt leid, dass es jetzt nochmal ein Volk ausgefallen ist Und es, ja, kam leider bis es dazwischen Hab hier noch was gemacht Andere was gemacht Hier soll ich gehen, dass ich so... Ah, die kommen da bis zum Aufstehen Warte, Hölle So Das ist auch ganz Nein, die kauft hier keiner Zu teuer So Zup, 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 zup Hat auch nicht jemand was gekauft Für die Assis So So Das ist auch ganz Hier Nix Perfekt Wunderbar Dann kommt es noch hier kurz durchfegen Schnell La 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 Und dann machen wir auf jeden Fall Am nächsten Mal weiter Das mit dem Ding ist ja relativ geil gerade Dass wir da so viel Geld zusammen haben Fuck that shit away Ich weiß, wenn wir vielleicht ein bisschen runtergehen Aber eigentlich ist es nicht mal verkehrt Ich glaube, wir müssen ein bisschen Deko scheiße aufstellen Da steht schon mal eine Pflanze in den Globus Ich weiß gar nicht, dass wir sie haben Ah, aber ich bin schon, weil sie mit 5% drüber Das ist scheiße Und da hinten haben wir so eine Lücke Da kann man noch eine Pflanze reinstellen Nochmal zwei Dann stellen wir noch drüben was rein Ich hoffe, es bringt was Nö, ich finde die Pflanze toller Da schön, das Fenster rein So Dann haben wir jetzt 5 Sachen aufgestellt Mehr sogar, glaube ich Wir haben da 1, 2 Drüben 1, 2 Und da 1 5 Sachen Ja, das sind 5% mehr Kohle Weil Ja, das muss man passen Aber da drüben ist Da kann man, falls man noch Kohle verdient hat Das kann man jetzt nicht mal abholen Oder? Ne, du bist ein Bastard Echt Deine Mom und so Trotzdem Sehr gerne mal So wenn man irgendwie gespielt haben zu dürfen Wir hören uns Wir sehen uns beim nächsten Mal Wieder bei Shopping Keeper Auf jeden Fall Und Sehr wieder dabei Wenn wir uns im Shop noch ein bisschen erweitern Ich habe hier noch ein bisschen was vorzumachen Und zu tun Hier an so einem schönen Bugis-Gerümpel laden Und Das Like, Teil, und Kommentieren Abonnieren und Vergesst Ist auch kostenlos Kostet auch zur Zeit nichts Wenn man sich Videos halt anschaut Wie es halt immer ist Wenn man sich irgendwas anschaut Oder macht Oder tut und so Das wisst ihr ja aber bestimmt Dann auch Danke fürs mit dabei sein Bei jedem einzelnen Verkaufstag Den wir bis jetzt mit erlebt haben Und Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ein teil davon weil braucht man ja und ja wir werden die shop gibt noch ein weiches spiel ich weiß aktuell noch nicht wie lang weil wir eigentlich zwischenzeitlich noch bald alles haben außer einen riesigen shop natürlich aber ob sich der so jetzt lohnt ich weiß es stimmt es sehen wir aber dann ist sehen wir das sehen wir dann pilzebremse auf jeden fall da habe ich gerade die kräuter wird sie gesagt ihr habt sie gesehen dass ich heute schon gepflanzt habe rein sie von alleine auch noch ob er dafür das permanent macht und dann einfach für low budget raus haben und das zeug und auch traumhaft das wäre es natürlich dankeschön das ist einstisch großartig lästige und sachen natürlich zu verkaufen aber ansonsten geht eigentlich alles recht flüssig von der hand das sind die kräuter und das sind gleich die pilze alle fertig die wachsen nach jetzt sind sie fertig wir brauchen ja noch ein bisschen können die nicht schneller wachsen wir haben hier noch was vor müssen laden öffnen und so wenn ich ewig auf euch pilze geworden schlimm du aber wenn es wirklich pflanzen die so schnell wachsen würden holy shit das war eine interessante sache auf jeden fall für die wissenschaft so perfekt sagen nämlich alles die habe ich mal kurz fortgeschickt die soll ein bisschen was holen für uns so zip zip das ohr müssen wir noch behalten laden machen wir mal auf und dann brauchen wir noch drei dränke manna manna dumm was soll ich habe recht viel gemacht so 12 stück was im knoch anfangen soll weiß ich noch nicht unsere steaks liegen ja auch noch nicht noch gut profit minus 125 weg hä hä das ding doof verstehe ich jetzt nicht androide da braucht immer tränke das ist ja klar so wenn man schon da verkaufen können für 195 dann machen wir das 195 so hey nicht wegschieben hier mein freund rutsch brauchst net aber wird androide perfekte rutsch war ja denn das wird sich für sowas net eine mage natürlich so noch mal ein warrior ist auch ein warrior brauchen wir das sieht man schon ohne mage der herr der herr sie hätten hier bestimmt noch eine wunderbar nee sie sind egal nicht das passende publikum dafür aber ein druide da kann auch mal ein maler dran und da benötigen sie gehen ja weg wie warm ist ja milde brutal noch ein druide rechts ist gerade noch ein ding so beigelaufen magier traumhaftes sache hei 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 regale habe ich repariert das letzte mal das weiß ich noch deswegen braucht er hat nicht so großartig nachschauen wir brauchen aber aufgabe dass wir weiter leveln können 196 hammer was kann man davon machen es braucht mir erstmal kohle na was ist das 150 zermalma ja kauf mal und dann kann man da tränke brauen da finde ich gut kann steht jetzt da hinten holy shit holz metal gold schrott ups knorren schrott und was bringt mir das ah wahrscheinlich für zutaten und so ein dreck okay 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 gut warte mal fertigkeiten statistiken klauen da gerade welche nö und schon der flugruppe schon losgegangen wir brauchen auf jeden fall mit dem da hinten wieder kurz das ganze equipment so 1 2 3 4 5 ups falsche taste es war ja nur das hier na oder oder gürtel fehlt der gürtel fehlt und die fehlen und gürtel sei es am alles wunderbar ich habe trick auf dem boden gesehen ich habe gewusst naja sie brauchen auch noch anschuhe meine name sie brauchen brustpanzer hatte die schon oder ah ne er hat sie jetzt gekauft sehr gut dem habe ich gerade was vertickt das ist mage okay der kauft kräuter naja kein publikum dafür richtigen leute die das kaufen ruch 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 oh gott auch ne ruch warte mal kann der vielleicht was mit ein paar schroderblatt anfangen ne 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 ist nix für den ist zu schwer wahrscheinlich ne der sieht nach dem warrior aus tatsächlich erstmal abwarten was er kauft wahrscheinlich zum wiederbelebungs stein oder was kaufst du mhm mhm da 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 verfolgen wir den mal mhm ah ein helm sehr schön da brauchen sie jetzt noch ne hose meine damen sie brauchen äh schulterplatten sehr schön was wird denn jetzt davon noch Stiefel und Gürtel ok was ist das ne ruch auch ne ruch äh das ist auch ne ruch sieht man am bogen mhm auch nix druide 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 ruch ach das gibt es doch nicht sowieso wenige Schlachter unterwegs ruch 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 rutsch mir in den Buckel runter mal du das gibt es doch nicht ui mage genau auch ein druide eine warrior dame so das hier druide 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 warrior auch stiefel und wir haben es sehr schön so geld mitgenommen weiter geht's tagesgeschäft wuuu jetzt geht's los das bg d Das gibt zwar einen Haufen, aber das bringt uns wenig. Was haben wir hier? Große Schwerter, ne? So Long Swords dürften das sein. Äh? Aha. Das müssen wir jetzt einer erklären. Ah ja. Okay, war noch ein Bug. Ich muss ja mal los. So, mal flüssiges Holz. Kann da rein. Knochen können rein. Foliant. Habt nix. Das verkaufen wir natürlich. Ne, habt nix. So, kurz ein bisschen weg. Ja, ne, ja. Zip, zip. So, dann müssen wir kurz mal... Wobei, gucken muss man nicht grad nur eins. Hat jemand schon was geklaut? Gut, Jike. Äh, sehr schön. Dann müssen wir noch kurz rausgehen. Dann müssen wir jetzt so weit ein bisschen ordentlich noch aussieht. Äh, was meinst du denn genau? Zauberstäbe, ne? Ich mein, Zauberstäbe waren's. Ja, ist okay, das passt. Gehen wir auf jeden Fall welche los. Na, 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 na. Na, 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 na. ne, langsperr, da waren's Zweihänder. Kaufen wir kurz ein paar. So, stellen. Weil ich kriege die jetzt auf jeden Fall besser los wie, äh, im Laden. das ist der falsche kunde auch das ist er nicht könnte es sein du willst ein schwertchen haben schade ist was das einzelne hoch tippen muss ist echt lästig bis hier aber so gekauft